Neben mir steht Hauke Hain, der nach eigenen Angaben eine wichtige Entdeckung gemacht hat. Die Schuppenbrille. Ja, das ist richtig, ja. Können wir das Gerät einmal sehen? Ja, natürlich. Hier, bitte schön. Das sieht ja jetzt erstmal aus wie eine ganz normale Brille. Was bewirkt denn diese Schuppenbrille? Äh, dass ich im Moment ziemlich verschwommen sehen kann, ne? Und dieser Effekt hilft Ihnen sicherlich auch bei der alltäglichen Arbeit? Was? Beim Entschuppen von Fischen vielleicht? Wie Entschuppen von Fischen? Ne, der macht doch Fiete, der Fischhändler. Die Brille ist doch gar nicht für mich. Die will ich verkaufen. An Fiete, den Fischhändler. Was? Ne, ein Klaas, den Briefträger. Der hat doch nichts mit Fischen zu tun. Und warum heißt die jetzt Schuppenbrille? Na, weil ich den Schuppen gefunden hab. Ja, und es ist mir wie Schuppen aus den Augen gefallen. Was denn? Ja, ich kann damit ein Vermögen verdienen. Ich hab nämlich noch viel mehr Zeug da gefunden. Hier, hier, passen Sie auf. Eine Schuppenmütze, Schuppenhose, ein Schuppenhemd und hier, Schuppenschlappen. Herr Hain, vielen Dank für das Gespräch. Oh, da nicht für. Oh, guck mal hier. Noch eine Schuppen ohne Böckse. Interesse? Untertitelung. BR 2018 Danke.